Unser Highlight auf KTV. Die Sendung mit dem Mönch. Junge Menschen stellen Fragen an Pater Johannes Paul Schawan. Warum ist er mit 23 ins Kloster und was waren seine Beweggründe? Diese und weitere Fragen der jungen Erwachsenen beantwortet der Mönch ausführlich in unserer Highlight-Sendung. Pater Johannes Paul Schawan gibt ehrliche Antworten, auch auf kritische Fragen und erzählt von seinem Leben als Mönch. Junge Menschen im Gespräch in der Hochschule Heiligenkreuz. Die Sendung mit dem Mönch. Schauen Sie rein.